Ja hallo, willkommen zurück bei Bottle Pilgrim. Diesmal mit der Zwischensequenz 3 und dem interessanten Titel, tapfere kleine Seele. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, aus dem Haus raus. Wie es aussieht, müssen wir jetzt irgendwie zwölf Gegenstände finden. Mal schauen, ob wir alles finden. Ich wollte Feiern immer zu einer Sache in unserem Familienkreis machen, für die kurze Zeit, die diese Kreise existierte. Ich war eher ein Sommertyp, der meine Frau den Schnee liebte. Vielleicht waren es ihre russischen Furzeln. Unsere Tochter war fast immer und überall glücklich, aber sie spürte die Kälte sicherlich mehr als wir anderen. Papi, Kiri zittert. Er braucht mehr Feuer. Wir alle wussten, dass sie selbst als ein Hase meinte, aber wenn sie die Tapfere erscheinen wollte, spielten wir natürlich gern mit. Ich raffte mich auf und ließ die beiden Damen in der Hölze zurück, während ich Feuerholz suchte. Okay, also müssen wir jetzt wahrscheinlich zwölf mal Feuerholz suchen. Gut, Bäume gibt es genug. Daran soll es ja nicht scheitern. Ah, okay. Da ist schon der erste. Ja, doch. Ich habe es gesehen. Nummer eins von zwölf. Das kann jetzt wohl einen Weichen dauern. Aber hier sind so viele Bäume. Eigentlich können wir vom ersten Besten aus Wunder nehmen. Aber das wäre wahrscheinlich zu einfach. So kann man in mehr Richtung umbringen gehen können. Wo gehen wir lang? Gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts? Stellen geht es... Hm. Hm. Ich gehe erst mal hier gucken. Ich glaube hier unten geht es nicht weiter. Aber bestimmt Holz. Oh, es geht doch weiter. Egal. Wir werden es schon finden. Hoffe ich zumindest. Irgendwo wird schon was sein. Oh, die Gegend ist aber echt groß. Verdammte Axt. Wo liegt das nächste Holz? Ach, ein Eichhörnchen. Aber ich brauche kein Eichhörnchen. Ich brauche nur noch elf mal Holz. Irgendwo. Oh, guck mal eine Höhle. Ah. What? Wo ist es? Wo ist es, wenn es aufleuchtet? Da. Okay. Zwei von zwölf. Und weiter geht die Suche. Aber ich muss echt sagen, die Grafik ist wirklich nicht schlecht. Muss ich ganz echt sagen. Da haben wirklich schon größere Spieleentwickler bedeutend schlechte Grafik auf den Markt geschmissen. Ich sag mal hier, wie das Eis so glitzert. Sieht schon toll aus. Hauptsache, wir brechen nicht ein. Ich glaube, hier ist wieder nichts. Wie ich das so einschätze. Wäre hier auch zu schön. Wenn wir schnell was finden würden. Wo ist es? Wo ist es? Bin ich blind? Ich sehe aber nichts leuchten. Hä? Mich verarschen. Ihr wollt mich da echt verarschen, oder? Hier ist doch nichts. Was zeigt es mir denn hier an? Hier ist doch überhaupt nichts. Hier ist gar nichts. Hier komme ich auch nicht hoch. Sehr, sehr spooky. Ich bin verwirrt. Wie komme ich denn sonst hier hoch? Gab es noch irgendwo einen anderen Weg? Habe ich irgendwas übersehen? Wo ist die Hände vielleicht hoch? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Gut. Wo soll denn das hier sein? Aber hier komme ich ja nicht weiter. Da oben. Da komme ich nicht ran. Wollen wir retten? Da oben. Jetzt muss ich nicht irgendwie da hochkommen. Ach, Leute. Das ist doch schon wieder... Ach, Leute. Das ist doch schon wieder... Also irgendwie versuchen, da hochzukommen. Ich glaube, das sieht gut aus. Da ist es doch. Ja. Jetzt sind wir richtig. Aber... Na, gehst ihr hoch? Ja. Und Nummer 3. Sehr schön. So gefällt mir das. Einwand. Fertig. So. Wo seid ihr anmachen? Es ist zwar gut, dass es einwandelt ist, aber... dann zeigt, dass wir in der Nähe sind. Amos könnte es ruhig mal ein bisschen näher zeigen. Sie wissen, welche Richtung. Dann war mal... Ich geh jetzt mal um den Rand lang. Was gut ist, dass wir das freige Flasher haben. Wenn ihr irgendwas liegen, würde ich mal sehen. Dann leuchtet noch irgendwas, oder? Oder... Enttäuscht das? Ne, hier liegt eins. Ja. Das ist mal gut zu sehen. Und du bist meine. Sechs Jahre. Sechs Jahre. Das ist alles, was wir gemeinsam in Zeit hatten. Wir drei zusammen. Alles, was Emily hatte, um ihre Mutter kennenzulernen. Papi, wann kommt Mami nach Hause? Wann sie an dem Tag, als Cassandra starb? Ich wollte ja antworten. Aus meiner Kehle kam ein ohnmächtiges Wogen. Darauf wirkten Tränen. Emily, diese tapfer kleine Seele, tröstete mich so gut sie konnte. Schon süß. Aber echt hart für ein Kind. Und weiter geht die Suche. Jetzt ist die Gegend aber echt mal groß. Im Gegensatz zu den vorgehenden Leveln, haben wir echt mal eine offene Welt. Das macht die Suche jedenfalls nicht leichter. Aber wir werden schon packen. Oder auch scheitern. Wer weiß es. Der könnte so viel Zeug einstecken. Und so viel zum Verbrennen. Aber nein. Ich glaube, hier ist erstmal wieder nichts hintergegen. Da. Hier. Ja, hallo erstmal. Wo steckst du oben? Wo hast du dich denn versteckt? Da. Ja. Und Nummer 5. da haben wir schon fast die hälfte zusammen aber leider nur fast schon nummer 6 wäre ja toll und ja wir haben glück freunde wir haben wirklich glück ich liebe es so das war die hälfte mal gespannt oder es liegt ich gehe am rand lang wenn damit etwas liegt man sieht es ja relativ gut denke ich mal durch die mitte kann man dann zurückgehen da liegt wieder eins sehr schön ja wir haben es gesehen sieben von zwölf das schaut doch schon mal sehr sehr gut aus ich dachte eigentlich bald hier ist schluss aber nein naja wir haben ja zeit hier ist nichts wie es scheint aber es durfte nicht mehr lange dauern bis es nächste wieder kommt vermute ich mal ganz stark irgendwo muss doch was liegen so mal von oben gucken da hinten ich bin mir gerade sehr sehr unsicher von oben sah es so aus jetzt ist wieder nichts zu erkennen sollte ich mich gerade so gut haben wie scheint ja 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 hier ist nichts ach schade dann weiter auf der suche weit kann es nächstes jahr nicht mehr sein oder doch leuchte sag ich habe was wir haben was entdeckt oder halt auch nicht oder halt auch nicht felsen felsen keinerlei vollholz aber ich bin sicher wir finden was irgendwo irgendwo liegt es rum irgendwo da tamtratam tamtratam da ist eins ich glaube sogar noch unternehmen lang noch gleich ein zweites perfekt 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 so mag ich das am ende half Emily ein Kind half Emily Kinderbuch völlig zu verstehen was mit ihrer Mutter passierte also die Rehmami wurde krank und die anderen Reh konnten ihr da nicht mehr helfen genau süße wir alle müssen irgendwann gehen früher oder später für deine Mutter kam die Zeit früher als erwartet in dem Moment verstand ich warum Familien Haustiere mit großer Lebenserwartung kauften wie Goldfische oder Meerschweinchen bis dann hatte Emily vom Tod kaum eine Vorstellung lag ja nicht irgendwo wo was da genau es geht vorwärts neun von zwölf da waren es noch drei na wenn man die nicht finden dann weiß ich auch nicht jetzt bin ich erstmal sehr optimistisch dass mir andere drei auch noch finden weit kann es nicht sein ich bleib mal ein bisschen ui wo ist es wo ist es da sehr schön sehr sehr schön also ich glaube umlaufen ist eine gute Idee dann sieht man es am leichtesten zwei stück noch Freunde zwei stück kann nicht zu schwer sein Bäm da ist das Elfte haben wir es doch fast schon zusammen wenn wir Glück haben es zwölf der auch noch gleich irgendwo auf jeden Fall fehlt nur noch ein einziges das ging jetzt aber echt schnell bin ich echt überrascht ich weiß noch nicht wie wir es jetzt wieder zu bekommen habe ich es echt ein bisschen verpennt aufzupassen aber hey hey was bist du denn hey ein Häschen mhm los ich nehm euch mit ich rette euch ich rette euch ich rette euch hm dann nicht wer nicht will der hat schon so ein stück holz the last one wo bist du vielleicht da oben glaube ich zwar nicht halt ah dieses Licht haben wir geblendet und 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 haben wir Glück wir haben kein Glück na gut es hätte ja klappen können es hätte ja klappen können dann genießt vielleicht noch etwas die Winterlandschaft ist ja auch nicht verkehrt ist aber wirklich gut gemacht weil die Spiegeleffekte finde ich echt gut gemacht gefällt mir das gefällt mir wirklich gut so was gibt das denn hier nichts hm ich gehe mal nach links oder nach rechts ne über diesem BZE war mir glaube ich schon hm da ist das hier vom anfang von wo wir gekommen sind oder ist das eine andere nächste bekommen sind noch ein stückchen holz leute ein einziges stück kann ja nicht so schwer sein da komme schon ein stückchen ein einziges ja das ist unser ausgang glaube ich diesmal gestartet ich würde so lachen daneben wirklich irgendwo eins ich würde echt lachen hier finden das letzte stück ich bin mir zwar nicht sicher das nächste nicht so aus haus werden schon tolles versteck gewesen weil am anfang krebs natürlich immer erst mal geradeaus na gut ist ja nicht schlimm das letzte stück wird schon zu finden sein irgendwo treibt sich rum wir haben ja oft mit kaufen stellen ausgelassen also irgendwo dazwischen hat es sich versteckt ich gehe einfach mal hier lang vielleicht haben wir glück wo bist du noch irgendwo musst du doch sein irgendwo musst du doch sein so schwer kann es ja eigentlich nicht sein da sind wieder die hässchen das ist echt bisschen kurios weil irgendwo muss es ja liegen irgendwo versteckt ne das war es auch nicht das war vom baum ich wollte gerade sagen ich habe es entdeckt aber es war eine optische Täuschung okay es war sie nicht Na, vielleicht auf Zack, ich hab's. Bitte, bitte, bitte. Oder auch nicht. Hm. Das ist jetzt schon ein bisschen spooky. Irgendwo musst du doch sein. Letztes kleine Stückchen Holz. Es kann ja nicht so weit sein. Also wie ihr seht, bei dem Spiel braucht man manchmal schon ganz schön Geduld. So, mal hier gucken. Schwierig, schwierig. Schwierig. Wo soll's denn sein? Wo? 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 Irgendwo muss es doch liegen. Man hat gerade so gut und das letzte Stück verarscht uns glatt. Schon ein bisschen böse. Da, Freunde, wir haben es. Wir haben es. Das soll es erst mal bezeichnen. Das soll erst mal reichen. Zeit, Hilfe zurückzukehren. Ich bin sicher, die beiden helfen mittlerweile. Ich kann jetzt auch gerne mehr Wärme vertragen. Strände sind doch eher mein Fall, sage ich mal so. Und da gehe ich voll mit. Ach, da geht es sogar alleine. In Ordnung. Okay, meine Freunde. Dann würde ich sagen, das nächste Kapitel gibt es wieder morgen auf YouTube zu gucken. Ich würde mich freuen, ich schalte wieder ein. Bis dahin. Habt eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, abonniert mich. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ich anders machen kann. Verbesserungen, Spielwünsche, egal was. Also, bis dann. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.